Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Dota Auto Chess heute mit Kunran. Hallo. Wir spielen einfach mal ein lockeres Paprikründchen. Wir sind sogar im aktuellen Patch, also so ist es nicht. Also Mars und Fuchs sind stark. Drew Ranger hat ein neues Modell, wenn ich das richtig sehe. Oh und die Steine sind neu, wo die Charakter draufstehen. Ja, alle haben es verschiedene. Anhand der Umgebung. Es gibt vier verschiedene. Ich habe auch Eis zufälligerweise. Ja, weil wir beide stehen auf einer Eisfläche. Die Wüstendinger haben so Matratzen und Steine. Ja, ist ganz cool. Angepasst ans Feld. Sehr nice. Es hat drei Leute Mars. Moment, er ist ein Early-Game-Character? Night? Ähm, warte... Der Gott. Ja, ist ein Gott und... Kann man ihn nicht mehr anklicken, wenn er hier jetzt auf dem Feld steht? Oh, da ist schon wieder Mars. Und ich mit den zweiten auch noch. Wollen wir jetzt erstmal alle da rumkloppen, ne? Spiele ich doch einfach mal... Da drauf. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hin will. Ma. Gott. Gott. Wenn all other's batches Trails inactive aktivieren, when you have at least different god pieces on board. Okay. Du kannst... Also... Du darfst keine Kombo haben. Genau. Du darfst keine... Also... Keine Rassen-Kombo haben. Also du darfst weiterhin... Du kannst sechs Hunter oder sechs Assassinen oder so weiter und so weiter. Aber du darfst keinen... Ja. Okay. Mars greift komplett gar nicht an und hat nur seinen... Hat seinen AOE halt dann. Wenn ich das richtig sehe. Übrigens kein Item. Wie es hier geht. Äh... Warum öffnet sich jetzt hier mein Kaufen Ding nicht? Meine Quiver und Bow sind bereit. For the right pride. Äh... Nehmen wir jetzt erstmal viele die Götter. Zeus ist bestimmt Leji oder was? Ja. Ähm... Warte mal. Kann man ja nachgucken? Zeus ist... Ja. Ah... Der allerletzte. Eigentlich ist es Kacke. Early drauf zu gehen. Aber naja... Na ja... Du musst ja noch nicht drauf gehen. Kannst du mir erstmal richtig kaufen. Ah, mein Strait funktioniert, naja, mal schauen. Ich hab ewig nicht mehr gespielt. Ja, also er greift selber nie an, ja genau, er macht seine Aue. Die Sterne sind in Verbindung und unsere Verkäufe ist sicher. Alter, ich hätte auf Hunter gehen müssen. Ich geh auf Hunter. Ich hab so viel bekommen. Time for some Roleplay. Äh, kommen wir zu. Bei mir natürlich erstmal nur ein vorübergehendes Setup. Er steht bei mir falsch. Und er macht seine Attacke nicht? Och, fuck. Dann bin ich natürlich am Arsch. Zerstört von dir gerade. Der war auch schon 5 Milen. Ja, ich hab auch mich gerade geehrt. Ich hätte ein Level kaufen müssen. Das heißt, ich dürfte kein Goblin-Bogels haben, wenn ich Mars will, ja? Genau. Sehe ich das richtig? Ja, Quatsch. Ja, Quatsch. Da muss ich... Genau. Warte, du... Nee, du warst... Ja, gut, okay. Ach, ich hab immer noch keinen Timbersaw gegen Kunran. Okay, du hast ja natürlich aufgerüstet. Ja, ich hab auch gerüstet. Ja, ich hab auch gerüstet. Ja, ich hab auch gerüstet. Mein Mars steht auch genau hier vorne und Ulf drum. Aber meine Gang hält. Schonheit hab ich wieder besiegt. Deiner ging dich verloren. Mit 5 überlebt bei dir. Okay, das hat natürlich schon mal Schaden gemacht. Da auch ging dich mit 4 überlebt. Ich hab mit 3 überlebt. Gegen Schonheit. Boah, ist das ärgerlich, was wir hier bekommen. Also, wenn ich mein Setup sehe, ärgere ich mich darüber. Also, wenn ich auf Hunter gegangen wäre, hätte ich hier... Ja, ich bekomm keine Hunter mehr. Ist grad mal ein Problem. Ich bekomm nur Hunter. Also, ich hab jetzt hier zweimal Windrager auf einem. Boah, so zu sagen. Lord of Awareness. For the right price, Lord of Awareness. Das kämpfe ich gegen dich. Mal gucken, ob du mich fertig machst. Komm Mars, hau wenigstens eins raus. Jetzt mach schon. Das gibt's doch nicht, ey. gleiche Klack. Na? Ich war... Mars stand eben... Wurde von 3 Leuten angegriffen. Und hat einfach nicht einmal seine Attacke rausgehauen. Ist doch bitter, ey. Ey, ey ey, 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 ey. Und für die Schäden ause! Ich bin kein Superman. Ach, ne? Er macht Goblin, Assassin und Marth. Ja, da kannst du ja den Goblin-Bonus, hast du schon? Den Mech-Bonus? Er macht hier Knights und Warrior und Assassin. Komm schon, Marth, jetzt hau das Ding mal früher raus. Marth, jetzt stehen sie wieder leider halb neben dir. Ja, okay, das war... Komm schon noch einmal, einmal noch, einmal noch, jetzt mach doch! Danke! Nächste Szene hat er noch rausgehangen. Ah, ne, aber das war schon knapp. Noch ein? Der war scherzhaft, das ist nicht für die Kone. Leider war das Schild noch aktiv. Mr. Smarty Pants. Seinschauen. Ist da alles drin? Ja! Oh, yeah. Mein Quiver und Bow sind bereit. Ich habe wartet für diesen Moment. Machen wir das mal so. Zum wenigstens der Assassin-Bonus mit rein. Ich bekomme meinen dritten Hunter nicht, das ist krass. Ja, ich habe noch keinen Timbersaw gesehen. Okay. Ja, den, den, den mach ich locker weg. Den aktuellen letzten. Sehr gut. Ja gut, dadurch ist meine Streak jetzt halt meine Losingstreak weg. Schuhnald hat gegen dich mit 5 verloren. Ah, guck mal, da sind doch andere. Zeit für Target-Practice. For the right price. Da sehe ich mich. Man, Timber wäre trotzdem schön. Oder eine Queen of Pain. Oder irgendeine Assassin. Jetzt habe ich immerhin drei Hunter auf dem Feld. Jetzt können wir erstmal Mobs, aber... Ich könnte trotzdem... Ja, da müssen sie schon den richtigen angreifen. Ja, da kam nichts. Ja doch doch doch. Gib mal was. Okay, das ist nice. Ach komm, also item luck habe ich aber auch nicht. Ich habe halt perfekt alles für eine Vengard fertig bekommen. Also ich habe drei Gegenstände bekommen, alle drei halt für Vengard. Schild, Ring und... Ja, ein ganz Board voller Hunter. Ja, ich habe jetzt auch ein paar bekommen. Also, was passiert da gerade? Ich habe keine... Was ist hier gerade passiert? Ne, das sind ganz viele verschiedene. Also einer hat zwei Sachen, aber... Ansonsten waren es verschiedene Leute. Ja, ja. Mussten wir gerade echt mal gucken. Was ist da los? Was war das hier für ein Doppel an Upgrades, ey? Jetzt bin ich glaube ich verletzlich. Jetzt bin ich gerade nicht mehr stark. Ja, ja, ja. Die Rockets. Das war gut. Da oben wird noch gekämpft. Du bist... Wo bist du eigentlich? Links, Mitte? Mitte, links. Und du Mitte, rechts? Ne, unten, rechts. Könnt er gar nicht. Unten, rechts. Ich habe jetzt schon Troll, Warlord und Mikrofoss. Aber ich kann sie nicht... Das ist nicht gerade meine Strat. Das ist halt richtig bitter. Obwohl er sich halt trotzdem... Ich glaube, der lohnt sich trotzdem. Den packe ich trotzdem erstmal rein. For the right price. Machen wir es einmal so. Ja, ich guck mal, ob das besser ist als das... Ich habe halt keine... Keine Line vorne, die irgendwie... Ohne meinen doofen Timber? Habe ich auch keine. Offiziell geil. Du machst einfach nur noch eine Ult. Das ist der Plan. Oh shit. Oh shit. Du machst... Ja... Du machst mich fertig, aber... Ich verliere meinen Kampf, glaube ich. Das war es nicht wert. Tinker hätte mehr Schaden machen müssen. Du hast... Konterst mich natürlich. Das ist hart, ey. Das bringt mir alles nichts. Das reinholen, den rausstellen. Okay. Mach schon mal anfangen. 54 Gold. Meine Windstreek lange gehalten. Hat mir wenigstens Geld gegeben. Auch wenn ich schon wieder vieles falsch gemacht habe. Das ist ja auch böse. Das war natürlich... Fehler von mir davon. Fehler von mir davon. Äh... Der wird mich zerstören. Ja. Love of awareness hält so viel aus. Komm wohl. Ja. Das war gut. Das war auch gut. Tinker hätte nicht vorne stehen dürfen. Entscheidet euch doch, wo drauf ihr geht. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mach ihn doch weg. Nein! Da kam der Angriff vom Mars. Aha. Das ist nichts, was ich will kommen. Shit. Can't keep a demon down. Das ist halt so. Ja. Deine Zeit wird schon noch kommen, Leute. Ich hab halt auch keinen Beastmaster bekommen, ey. Also Hunter... Mein ganzes Board wäre voll mit C3 gewesen. Bin ich auf Hunter gegangen, ja. Ich hab den noch fertig. Da verliere ich nicht einen gegen... gegen Syrock. Oh, Mr. Gatsby macht uns nass. Aber gut. Gegen Mr. Gatsby hat... Er hat... Bei mir hat er... Hat einer überlebt, als er mich angegriffen hat. Oh mein Gott. Boah, ist das aber auch, ey. Wenn man sich das anschaut. Also von Glück kann man da nicht reden. Ja, ja. Ja, ich bekomm halt auch nicht. Ich... Also ich hab immer noch... eine ganz Nassassin bis auf der Boundys in T1. Ich hab eine Viper, Morphling... Ich hab nicht mal nen Timber gesehen bis jetzt. Das ist halt krass. Ah, ne. Das hab ich nicht. Dafür bin ich nicht. Von der Aufstellung her dürfte ich nicht stark genug sein. Ja, mein... Holy shit. War das bitter. Dreh dich. Okay, okay, okay. Immerhin noch zwei kaputt bekommen, ey. Und ich hab keine Krone. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Gatsby wird mich jetzt verdienen, wenn ich gegen ihn spielen müsste. Gib mir doch mal den... den Unterlass. Mich. Einmaßen der Frontline. Och. Zack, zack, du der Rocket. Hey, das war wichtig. Eben hat Gatsby bei mir einen Überlebenden gehabt, jetzt sind es einfach mal fünf. Ja, der T2 Timber steht halt jetzt vorne. Der hatte einen Shadow Dean. Oder ne, nicht Shadow Dean. Äh, hier. Den, den Shadow Shaman. Ne, doch. Der, der, ähm... Ne, Troll... Der Troll, halt. Der, der den blöden Bouncer wirft. Ich kann nix wirklich verkaufen. Was'n Scheiß. Ey, ich muss schon... Ich stell grad schon Mages aufs Feld. Weil ich halt nix anderes bekomm. Ich hab auch Magier ohne Ende. Ohhhh... Ich brauch die Drone noch irgendwie. Ich brauch die Drone noch irgendwie. Gib mir doch einfach nur die richtigen Gegner. Oh, der ging zu schnell down. Ja, ich muss das sperren. Scheiße. Ja, ich kämpfe jetzt gerade zum Glück gegen die letzten... Oh, ich kämpfe gegen Syrop und der macht mich ja... Holy... Das ist 13 Damage. Das hab' ich jetzt gerade gewonnen. Fullseye! Mega kill! Hallo, hier. Ah, ich trau mich mit der Entsperrung. Okay, okay, okay. T3. Hast du noch genug Leben da. Du hast T3? Boah. Das könnte bitter werden. Der hat auch gutes Gear. Ich kämpfe jetzt gegen Blut. Aber jetzt kämpfe ich gegen Gatspeed. Das heißt, da bringt er mir nix. Mach den Bau fertig, das ist gut. Ist auch weg. Ja, okay. Vom Ableben nochmal fix so'n blöden Wort gestellt, ey. Aber ich mein, ich hab' ihn besiegen. Der gegen Gatspeed 5 Damage ist okay. Halt mich erstmal. Wenn doch nochmal 50 Gold. Ja, ich... Noch lange nicht, ey. Ist halt bitter. Das ist gut. Was ist gut? Mein Bruder trifft die Wind. Mein Bruder schlägt dir. Mein Bruder schlägt dir. Behold, mein Bruder! Das... 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 Das kommt weg. so es wird natürlich magier sein richtig ja genau jetzt nochmal meine regenmatch, oh shit da steht Timon so weit vorne nice, das war wichtig jawohl, einen badge hat, was ich gerade verloren habe, aber jetzt gewonnen ich gewinne gerade gegen Gatsby, locker ich habe eine tier 2 mirana, ich habe noch meinen fünften hunter dazu das ist schon mal gut so wenn ich jetzt gewinne habe ich jetzt auch endlich meine 50 gold ich bin gleich Level 9, ja ich bin halt Level 7 das ist nicht gut aber meine ich bin nicht zufrieden was hat er eigentlich, ach der der gleich raus ist hat Druiden und so weiter, dunkle gar nichts drop was, komm schon, drop was eine Krone ein Broadsword Artility Booster, ja Painmail ach fuck, und die geben ja kein Gold wenn sie... toll, das heißt ich war bei 49 da ist nix dabei wo soll ich nochmal welche Chance ich auf was habe wie meinst du das? weil man konnte irgendwo ja sehen welche Chancen man auf welche Einheiten hat echt? naja, wenn du unten über dein Level hovers siehst du ist ok ach so, auf Seltenheit ja genau, das meine ich ok, wie hoch ist meine Chancen zu handeln? alter, wie du mich so schwer hast ich will einen neuen ja, heilige Scheiße ich glaube ich habe 6 Assassin stehen 6-3 müsste ich stehen oh, 12 Schacht oh, Mr. Gatsby wird jetzt also, der hat der nächste gegen ihn gewonnen mit sieben Überlebenden und jetzt ziehen wir gar nichts und jetzt ziehen wir gar nichts Leveln weiter, Level 10 ist drin und dann stehe ich nämlich gut ich habe wartet für diesen Moment und Mr. Gatsby hat sich rausgegangen er kann nicht mal stehen wenn er so schlecht spielt ja, er hat jetzt die letzten vielleicht hat er die letzten 2-3 Hunden schon nicht gekauft weil er Disconnect hatte oder so ja, das kann natürlich sein, ja ja warum kriegen meine Assassinen Debuff oder ist das ein Buff? weiß ich nicht die haben alle so ein rotes Blut über ihrem Kopf Alter, wie ich hier durchgehe hohoho mit 7 wo die steht alle wenig AP bei mir aber 4 haben wir überlebt dann Mr. Gatsby ist wieder da und wer der eine ist aber besiegt worden damit bin ich auf Platz 1 oh ja sehr gut sehr gut da habe ich 3 Elfen jetzt auf dem Feld ja ich kann nicht schaden solange ich nichts anderes habe da ist der 3er Furion beim Amarax aber gegen den mit den Knights machen wir keinen Schaden ja Knights ey das ist immer bitter Knights gilt immer holy shit wie habe ich fertig er zerstört mich halt komplett 13 Schaden ja ich fand jetzt leider auch voll knapp aber viel Damage hoch wenn ich halt meinen sechsten Hunter mal bekommen würde das wäre halt schon nice wie stehen die anderen denn vom Level her holy was hat der denn noch auf der Bank er hat schon 2 Alchemists er geht auch auf Shadowfiend 3 wie es aussieht my arrow pierces the wind da ist so nix dabei alles noch ausbaufähig bei mir weil wir halten uns halt noch noch kein Grund zum Geld ausgeben noch alles safe naja wir haben 70% Leben habe immer noch über 50 Gold und bin halb zu Level 10 jetzt weil jetzt gibt es einmal richtig Damage bei mir nein mach geht doch wechsel doch nicht das Target Hits ok ok richtig Damage beziehend trotzdem mal auf 5 mit dem links 5 ja geht das geht das geht das tank ich Alter Hunter ohne Ende hier gucken wir einmal schon mal rein na komm mal kleinen Klinker nehmen wir mit ach komm ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr also kostet mich schon was aber ich verlier nix ok sehr nice sehr nice komm jetzt gib mir obwohl die droppen das nicht mehr das ist nicht zu hoch vom Level Blink Dagger Blink Dagger Blink Dagger mittlerweile? und Blink Dagger und Demon Edge in einem ja gar nix Blink Dagger bringt mir das überhaupt was? Inseln die Teleports to the fast ok direkt den der am besten zum Backstabbeln ist ok jetzt lass mal so ja echt jetzt mal alles hier meinen neuen guten Freund The Bounty hä? so nächste Runde Level 10 los blinken los blinken los blinken moment war er nicht das eigentlich mit den Lightstream schon mal nicht mehr weil die wird kaum triple kill ja ich krieg jede Runde so ein bisschen Schaden leider was ist denn los? ja ich hab ja keine guten Upgrades aber ich bin gleich Level 10 das ist halt ich ich das eigentlich stehe ich ganz gut würde ich sagen äh das gibt's doch nicht Level 10 ist Alchemist ein Nahkämpfer? äh äh ja ne oder? Darnation rises kannst du doch ich also eigentlich ja eigentlich ja guck ich mal eben was da macht dann seh es ja hier ist der Nightmensch äh ja erwähne na ach komm Chaos Night war halt fast down bevor die Schilder überhaupt angingen Leute bei mir hat ein der Gegner hat einfach ein Rampage ey jetzt ist die Frage halt direkt alles ausgeben in der Hoffnung halt sozusagen schnell Druck aufzubauen weil je höher ihr halt gegen mich sterbt desto mehr AP verliert eher oder immer noch mein Gold Bonus waren um halt öfter rerollen zu können ja ja so weißt du lieber schnell zerstören so zack zack weißt du den den Damage machen kannst dir nie sagen was sich der anbietet Schwede Strat versuchen wir jetzt grad mal so um die 40 zu bleiben ich hab jetzt grad schon wieder ein gutes Upgrade gehabt Gatsby Sein Mars stirbt ohne dass er was macht auf jeden Fall auf jeden Fall ist gut Oh und mein Doom war extrem nice haben wir mal die Shadow Fink gedoomt Oh aber am Ende trotzdem noch aber das war gut Oh Gatsby ist auf einer Ja mit 1% die seh es auch gerade Das hat passiert ist Oh nice Master of Beasts ähm dann dann ja geh mich den auf erlauben muss erlauben muss dann hab ich jetzt 6 Hunter auf dem Feld Was mach ich mit dir? Du übernimmst seinen Platz natürlich ja 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 so machen wir das dann werd ich den auch los und da du so so could ride mirror meine Gang springt halt ja holy shit das ist dir auch einfach egal dass ich mittlerweile 6 Hunter habe komm bring den einen noch um shit 12 Schaden bei mir könntest du gewinnen bei mir könntest du gewinnen obwohl ne dein Sniper wird mein Mech nicht headshotten aber nur mit einem was du überlebt warum denn so rum aber mit meinem C3 ne holy shit ja das macht ja nix aber du überlebst halt bei mir mit 6 so das heißt du machst mir 12 Schaden andersrum ich werd jetzt in diesem Moment aber noch stärker ja toll ach Gott ach Gott den bin ich ja schon weg dass ich dass ich diese also vor der letzten Runde meinen ersten Beastmaster hatte ist halt lächerlich das ist irgendwie Stufe 3 Held oder so auch und nach dem Ding upgrade ich noch ein Monster wenn ich ging dich ich ging ich ging ja ich bin die Ging so ein ich mich hinbekommen r st das war dumm von mir ich hätte nein war das blöd nicht nicht nachgedacht schade ich hätte einfach auf Level 10 kaufen müssen und dann hätte ich meinen jetzt hab ich meinen Doom verkauft da hast du du hast einen Doom verkauft aber keinen Platz mehr ja und ich halt dachte okay jetzt nehme ich meinen Hunter da noch mit drauf ähm ja gerade mit einem jetzt mit 6 also jetzt überrenne ich gerade ja ja gut aber du hast mich ja eben auch schon eigentlich mit 6 fällig gemacht so ist ja nicht komm der grind komm gib mir jetzt mal einen Zeus das wäre jetzt halt awesome jetzt einen Zeus zu bekommen nein komm ich aber nicht schade nein komm ich aber nicht schade dann machen wir jetzt folgendes das werde ich nicht abgrenzen können mein 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 das war ich zu langsam ach nein ich hab vergessen einen aufs Feld zu stellen ja ok aber lieber das als das irgendwas ja aber du kämpfst gegen mich das Weihnachten ey die du da siehst ey das sieht ja aus deiner Sicht noch viel böser aus als aus Weihnachten aber du machst mich vielleicht ja der Pfeil aber es kam ein Pfeil von der Seite aber du killst mich nicht immerhin ach shit ach und ich hab die ganze Zeit vergessen Items zu verteilen noch na komm komm dran dritter wenigstens lass mich Kai oder sowas raushauen für dich ja das wäre schon ganz praktisch würde ich nehmen und ich hab ihn nicht nur dahin schon aber ich hab ihn nicht nur die ich verwenden ich hab ihn nicht nur die zuerst ja ich hab ihn nicht nur die zuerst Nicht gegen dich, nicht gegen dich. Okay, gegen Kai habe ich jetzt schon ein paar Mal gewonnen eigentlich. Ich hätte hier einen Zeus. No. Gib her. Ich verliere. Hau es hoch. Echt? Gegen wen? Äh, Syrock. Okay. Krass. Holy shit. Ja, aber Kai ist raus. Scheiße, Kai ist raus. Ja, damit bin ich dritter, aber... Ähm, ja. Oh, fuck. Ich kann hier noch upgraden. Ja, Mars bekomme ich jetzt eh nicht mehr hoch. Ich bin jetzt auch nicht mehr auf 3, denke ich. Shit. Oh, da habe ich einen. Da war ich zu schnell. Der Klassiker. Nein, Alter, ich habe 80 Kunkers hier. Nein, wie bitter. Kein Tidehunter-U rausbekommen. Ja, ich bin raus. Oh, ich kämpfe gegen Kundan. Lucky. Ja, ich habe gegen Syrock gekämpft. Ah, wie bitter. Syrock verliert aber gegen mich. Syrock hat gegen dich verloren. Okay, ja. Okay, ich kriege jetzt noch ein Upgrade, auf das ich gerade gewartet habe. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, alle so auf T2. Ich habe hier noch einen Bounty. Noch einer, dann wäre der T3 und der hat die Items, Alter. Gib mir noch einen Bounty. Oh, holy shit. Ich habe die Items auch vergessen. Lohnt sich der Blinkdagger auf den Bounty? Weil der springt doch sowieso ganz weit weg, oder? Aber jetzt ist er noch schneller. Ja, aber ich wollte es auch keinem der Tanks geben, weil dann ist die Frontline weg. Das ist richtig. So, ich habe es halt einfach ihm gegeben. Das ist die Frage, wem könnte man das am sinnvollsten geben? Oh. Du machst einen Lockerpferd? Der ist schreddig, ja. Blinkdagger, scheiße. Wen höre ich denn jetzt? Ja, das ist die Frage. Eventuell den Techies, dass die auch nach hinten springen eher, wo die ganzen Assassinen sind? Aber meinst du, Techie kann damit mal anfangen? Also ist er nicht zu schnell down? Ja, ich weiß halt nicht, ob er vielleicht hinten eher überlebt als vorne. Also hinten bei dem Gegner, also wenn er rein... Ich weiß es aber echt nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch genau das Falsche. Nur seine Assassinen springen eh nach hinten? Da ist es egal? Ja, aber nicht instant. Ich gebe es jetzt trotzdem noch der Templer, weil die ja ein Schild macht. Ja, okay. Okay, also ich brauche noch einen Bounty. Oder einen Timber. Oder einen Techie. Also alle, die da stehen, brauchen noch einen zu einem Upgrade. Ich gucke mal bei deinem Gegner. Ja, du zerstörst... Ja, du zerstörst... Nee, Medusa geht gerade durch. Ja, Medusa geht durch. Nee, er macht dich fertig. Das sah am Anfang eigentlich ganz gut aus, aber die sind halt alle low gewesen. Du hast auch noch einen... ...gekillt. Ja, aber bei mir ist es aber nicht vorbei. Ja, bei dir ist es nicht vorbei. Kommt noch eine Bombe von den Techies oder so? Ja, da ist noch eine Bombe. Ja. Techie? Ja, die Techies haben Heel. Vielleicht die nächste Bombe noch. Droppt da noch eine? Die noch hoch geht? Ja, Techie. Da ist sie. Ich weiß ja nicht, ob das genug Schaden... Ja. Das reicht nicht. Nee, ist unentschieden. Verlierst kein Leben. Was ist ein Quatsch? Okay. Ich gucke wieder bei ihm. Er braucht noch zwei Chaos Knight, dann hat er einen Dreier Chaos Knight. Ich habe nächste Runde einen Bounty. Oder ich verkaufe... Er hat keinerlei Geld. Wie sieht es bei dir mit Geld aus? Ich auch nicht. Ich habe auch alles raus. Ich wollte den Sack halt zumachen. Das ging... Was meinst du mit Bounty? Ich muss den Kampf gewinnen, damit ich den Bounty kaufen kann, ohne zu locken. Achso. Ich habe Bounty drin, aber ich kann ihn nicht kaufen. Ich kann auch keinen von denen verkaufen, die da sind. Das wäre ja dumm. Nee, nee. Du kannst nichts verkaufen. Okay. Wir hüpfen wieder rein. Ja, diesmal zerstörst du ihn. Du zerstörst ihn richtig hart. Seinem, der... Nee, der Dragon Knight kann auch nichts machen. Ja, du hast... Ja, und beim Bier verliere ich aber auch. Dann vergesst nicht zu locken. Hab ich. Natürlich aber ein gutes Abbild jetzt für dich. Gucken, wie sieht es bei ihm aus? Bekommt er noch zwei Chaos Knights? Und er bubt ein. Nee, er hat nichts bekommen. So, er verkauft jetzt alles auf seinem... Hat er aufgegeben? Er hat aufgegeben. Okay. Hat er aufgegeben. Ja. Warum? Weil er gesehen hat, dass ich einen Upgrade gekauft habe. Ja. Und er gerade schon verloren hat. Dann hätte er jetzt auch noch verlieren können, ganz normal. Ja, hat er ja... Jawohl, ich hab mal wieder eine Auto-Chess-Runde gewonnen. Sehr schön. Ich bin nur ein Dritter geworden. Und wie viel Damage sind das? Das sieht man gar nicht. Jawohl. Schön, schön. Wie schlecht. So, vielleicht Auto-Chess. Ein kleines Rödenchen mit Kunden dran. Ja, Kunden ein Räder geworden. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like belassen, ab den Kunden und vorbeischauen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.